Schwalbe sind da. Die Schwalben. Heute haben wir Sonntag, der 14. April 2019. Und hier sind die Schwalben zu sehen. Die sind ja ziemlich früh da. Das ist einfach zu kalt. Heute Morgen hatten wir drei Grad im Schussenthal und wahrscheinlich im Boden Froscht. Das ist schon eine Überraschung. Das war früher nicht der Fall. Das bereits Mitte April die Schwalben da waren. Da hatten wir oft noch Schnee und kalt.